Jo Leute, zurück bei Alien vs. Predator und wir spielen direkt weiter. Haben ja jetzt beim letzten Mal die scheiß Androiden angetroffen, was ist denn los? Hau ab da! Hier ist doch gar nichts, hier komm ich... Ah, hier muss ich rein. Super! Den Meter hätte ich auch weitergehen können. Na, was soll's. Gehen wir halt jetzt weiter in die nächste Mission. Ich hab mir zwar nicht vorgenommen, heute die ganze Marine-Kampagne aufzunehmen, aber bis jetzt schaut's so aus, dass ich das wirklich noch hinkriege. Also rein vom Speicherplatz her sollte das klappen, aber ich weiß ja nicht, inwiefern ich schnell vorwärts komme. Das heißt, ich leg's zwar nicht drauf an, fertig zu werden mit der Marine-Kampagne, aber wenn's so wäre, wäre's auch nicht das Schlechteste. Warum hab ich nicht mehr meine Sniper? Ey, wie assi ist das denn? Voll der Scheiß, Mann! Wofür hab ich die Muni denn eingesammelt? Ah, hier liegt sie wenigstens wieder. Mann! Wir nehmen bestimmt nicht diese Scheiß-Maschinengewehr. Hier sind wieder Aliens. Irgendwo... Ach, wir sind doch da, wo wir mit dem Predator aus dem Tempel rausgekommen sind, oder? War das nicht das hier? Ich glaub schon, und hinter mir ist das Alien. Sag ich doch. Headshot. Also ich glaub, wenn man den auf den Kopf schießt, dann sind die echt One-Hit. Mit der Waffe jetzt. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Not bad, my friend. Not bad. Da vorne ist noch ein Audio-Log. Herr damit! Wo ist das Alien? Ah, es ist mal Taschenlampe an. Haben zwar sonst nix, aber hey. What is that los? Ich bin Neuling, okay. Headshot. Geil, Mann. So, dich hätten wir auch erledigt. Geil. Die Waffe ist der Hammer. Tschüss. Geh weg, du blutest nach... Du blutest nach Säure. Wahrscheinlich. Ja, wie komm ich jetzt darauf? Das ist die Frage. Die wir wahrscheinlich nicht beantwortet bekommen, weil wir untenrum müssen. Super. Wir haben mal noch ein Audio-Log. 31 von 67. Ich glaube, wir haben tatsächlich relativ viele schon eingesammelt. Auf jeden Fall schaffen wir es doch bestimmt, mehr als die Hälfte aufzunehmen. Hier vorne ist noch einer. Geil. Ist hier oben vielleicht noch einer versteckt? Also, ich sehe gerade, dass wir ziemlich wenig Sniper-Money haben. Heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen... Aber jetzt kommen doch die Tempel. Ha! Wir sollten vielleicht ein bisschen auf die Muni achten. Na, 36 ist zwar auch nicht schlecht, aber ist leider auch nicht so unglaublich viel, ne? Also, so 80 Schuss fände ich nicht schlecht. Beziehungsweise, das wären ja 86. Okay, jetzt müssen wir wieder uns verteidigen. Machen wir das mit dem Sniper. Ah, komm, wir nehmen eher die Shotgun, weil ist ja nahe Distanz. Nahe Distanz ist auch geil. Ist natürlich dann eher... Ah, schon geschafft. Ne, Heck läuft noch. Jetzt ist abgeschlossen. Das war ja jetzt eher weniger schwer, ne? Semi-schwer, könnte man behaupten. Da oben sind wieder die Androiden. Und hier unten sind Granaten. Ich nehme die jetzt mal nicht mit. Also, was? Wieso trifft denn das nicht? War der nicht tot? Jetzt ist er tot. Okay, ähm... Den Scheiß können wir jetzt nicht mitnehmen. Zehn Meter noch. Was sind Gegner von mir entfernt? Oder zehn Meter müssen wir irgendwo hinlaufen? Ach, da. Hier war noch ein Gegner hinter mir. Das sind sogar, glaube ich jetzt... Sind das dann auch diese Androiden? Ah, guck mal da drüben. Hallo. Alter. Du hast keinen Kopf mehr. Fall einfach rum. Das ist ja mal mega unrealistisch. Da belebt er sich wieder. Madiger Knopf. Äh. Vor allem Knopf. Von da kommen wir ja. Bevor der auch noch auf die Idee kommt, wieder zu kommen. Nehmen wir uns noch hier. Ah, hier können wir rauf. Cool. Oh, und jetzt sind wir hier am Tempel. Da sind Soldaten. Hallo. Wartet. Ich gucke wegen Audio-Logs. Ein Geschütz. Okay. Hier schießt gerade ein Predator. Was ist denn das jetzt? Wow. Geil, Mann. Was? Das hat auch noch Auto-Aim. Oh mein Gott. Wie geil. Dafür gebe ich doch gerne beide meine Waffen weg. Der Hammer. Guckt euch das an. Nur scheiße natürlich, wenn die Muni leer ist. Ich weiß nicht, warum ich diese Flair werfe. Ich habe irgendwie mal so das Gefühl, das könnte die vielleicht ablenken. Ist natürlich Quatsch, aber trotzdem. Ich gucke mich mal hier um ein bisschen. Warte. Was? Von wo denn? Scheiße, Mann. Wie kann das sein? Erstmal kommt der von einer Ecke, wo man ihn gar nicht sieht. Dummer Idiot. So, dann gehen wir mal weiter. Ah, natürlich können wir nicht damit rennen. Hätte mich auch irgendwie gewundert. Oh, damit könnten wir ja dann den Predator auch viel leichter treffen, ne? Der ist ja da viel agiler und so unterwegs. Das ist kaputt durch den Predator. Wir haben gerade irgendwas aufgehoben. Okay. Ach, wir haben Munition für dieses Gewehr hier aufgehoben. Okay. Bah, Mann. Was ist denn los? Wie geil die Waffe ist. Aber warum liegt denn hier nirgendwo ein Audiolog? Ja, hör nicht rum. Ja, pisst euch. Ich finde cool, dass man die damit auch durch die Wand zieht. Ah, da haben wir den. Den Audiolog des Todes. Nein, keine Ahnung. Da war einer. Gott, das ist so simpel, Mann. Man muss nur in die Richtung zielen. Und dann sind sie down. Hier war noch einer. Wohin mit dir? Was muss ich denn machen? Hier ist doch gar kein Gegner mehr. Voll dumm. Ist hier noch ein Audiolog? Nö, nö, nö. Da war ein Alien. Tschüss. Was muss ich machen, bitte? Zwölf Meter bis zum Ziel. Muss ich das hier nur jetzt überleben? Na, komm. Shit hinter mir. Oh, 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 oh. Ey, das ist uncool. Ich hasse es, wenn die auf einmal hinter einem sind und man die nicht sieht. Genau, lad du erstmal ganz gemütlich nach. Wenigstens haben wir einen Kontrollpunkt. Oh, shit. Mist. Also, die Sicht ist echt beschissen. Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Seitlich, okay. Scheiße. Kann es sein, dass ich hier irgendwo hin muss? Ah. Ich muss also doch rauf. Super. Gehen wir weiter. Ja, machen wir doch. Da liegt was. Was liegt hier? Munition für das Gewehr, okay. Nee, sehe ich jetzt nicht ein. Unbedingt. Wo geht denn jetzt der Typ hin? Oder die Frau? Oh, was liegt denn hier? Feines? Ah. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bitte. Echt mal, beiseite. Beiseite mit dir. Ey. Mein Ziel ist hier. Ich stehe an meinem Ziel. Ich hätte jetzt gerne eine Belohnung dafür. Höher. Hallo. Lass mich bitte einfach in Frieden. Geil, keine Muni mehr. Was liegt hier? Shotgun. Ich hätte jetzt schon gerne lieber die Sniper gehabt. Schade. Ich habe aber immer was zu merken. Da war, glaube ich... Da ist der Predator. Oh. Na. Da hat er einen Kill durchgeführt. Warte mal. Ich wollte... What? Ah, hier war es. Okay. Hier liegen nämlich die Sniper. Die will ich natürlich haben. Hör damit. Danke. Der ist tot. Brauche ich jetzt nicht unbedingt das komische Maschinengewehr da. Hier müsste doch dann bestimmt gleich... ein Predator-Kampf stattfinden. Ey. Hier muss doch einer sein. Da oben. Da sind sie. Okay. Der andere ist da oben irgendwo. Shit. Jetzt bin ich da runtergefallen. Kann ich hier überhaupt weitergehen? hinter mir müsste doch dann jetzt theoretisch... Nailing kommen. Hier sind sie. Da ist er ja. Okay, die hätten wir. Hier kommen wir nicht rein. Gehen wir mal nach oben. Ja, geil. Oder auch nicht? Hä? Wo muss ich denn hin? Da ist Leben. Und ein Audiolog. Den nehmen wir mit. 34 haben wir. Ah, hallo. Wo müssen wir hin? Ich folge dem jetzt einfach. Oder folgt der mir? Hier können wir rauf. Hier können wir rüber, aber hier können wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier rüber. Hier war gerade ein Alien. Ja, ich höre das. Leider. Oh, hier. Shotgun, Muni. Ich kann eigentlich mal die Shotgun benutzen. Ich glaube, die ist besser jetzt für diese Situation hier. Du hörst das? Wow. Gruselige Wand. Mann. Alter. Hier ist ein Flammenwerfer. Den benutze ich jetzt mal nicht. Hier sind überall Gegner, aber die kommen nicht zu mir rein. Da ist einer scheiße Verpiste. Fuck. Ich wusste genau, dass das passiert. Das ist nicht angenehm. Ja, genau. Okay, das hat es jetzt nicht so gebracht. Hinter mir kommen welche. Tschüss. Tschüss. Bitte. 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 Warum? Kurz vor Schluss sterbe ich, Mann. Und ich kann den ganzen Scheiß nochmal machen. Ach mein Gott. Dann gehen wir das gleich an. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. Ich bin noch nicht. Ich bin noch von mir einfach, Mann. Ich bin noch nicht in sehr, nie im ersten Mal. Ich bin noch von mir.